Dann haben wir gleich alles in Ahnung. Ich würde jetzt gleich mal verfolgen. Ja, Mann. Lasst euch mal ansehen. Die Schnallen müssen verstärkt werden. Dieses Leder ist rissig. Was habt ihr bloß damit angestellt? Ich wollte sagen, ja, wir haben schon mal sowas gehabt, aber... ...hängt von der Qualität eurer Ausrüstung ab. Wenn ihr das Geld und das Material habt, kann ich sie für euch verbessern. Ich wollte schon sagen, aber das war jetzt ein bisschen komisch. Auch ihr Schmiedekunst? Ja. Nehmt ruhig, was übrig ist. Oh ja. Irgendwas. Passt. Unerwartet. Passt. Passt. Würde mich jetzt aber interessieren, ob das nicht... Okay. Ja, schön, dass ich jetzt 100...